Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild, Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr. Haut rein, peace. Diese guten Memes. Part 17. Lache ich oder nicht? Ich glaube, diesmal lache ich, ehrlich. Letzten mal war totes. Äh? Letzten mal war echt lustig. Ja, es geht. Junge, du hast totgelacht, Junge. Chill doch mal. Hast du einen Freund, den grüßen wir jetzt. Ich grüße alle, die ich gerne. Ich grüße meine Oma. Hä? Hey, Chad, ist das nicht witzig? Es ist nicht witzig. Welcher Marcel denn? Ja, Mann. Es wird jetzt geklärt. Er ist so durch. Er ist so durch. Er ist so durch, Dicke. Oh, oh, oh. Ist das nicht witzig? Er ist so durch. Hey, Chad, ist das nicht witzig? Er ist so durch. Check ich nicht, mach mal, weil er gebannt ist hat. Deswegen, Dicke. Ja, ey, er ist so lustig. Aber da hat er einen Schimmel nicht gehört. Ich bin jetzt geklärt. Oh, 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 oh. Du machst doch nur Sch***, ey. Marcel Scott. Dicke, am Ende bin ich wieder raus. Ich mach großen Comeback-Stream, da bin ich plötzlich selber gewandt. Ding, DIR. Ich hoffe, das ist schon ein Problem. Du weißt ja, wer gut und gerne essen mag, isst drei Kartoffeln jeden Tag. Und mancher isst ja auch ein bisschen mehr. Ja. Man lebt nur einmal, Dicke. Weißt du, als wenn wir den Bilein schatten, das ist der. Au. 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 Scheiss. Der Dimo kriegt Fleisch. Der isst mich gar nichts. Oh. Du kannst uns gerne auf Facebook, Instagram schreiben. Was hast du denn? Was kriegen die da? Nix. Die zeigen ja Videos. Du hast nur Insta. Ach so. Er isst Burger von Ili. Ich hab leider nichts mehr zu sehen, aber gut. Na. Hahaha. 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 Dicke, was hat ein Video. Die vertritt Du. Das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Oh. Okay, das find ich auch da, Jaa. Er weiß ich mal. Du willst mein Geschäft übernehmen. Lag. Wer bist du? Rede nicht mit mir. erei. Rammu, ihr Zähne mir. Rammu, mein Name im Beiter Rammu. Ach, du bist so Rammu. Ich habe dir einen gefickt. Ist er durch oder durch, Alter? Cousin, zeig diesen Typ an. Was macht er da? Oh, du bist aber ein siester Handwerk, du. Danke auch. Das gefällt mir alles, du. Das gefällt dir. Oh, dann würde ich gerne mehr sehen. Uäh, Dicke. Oh nein. Oh mein Gott. Ich schwöre, bei solchen Seiten sind immer die richtig Cringen. Die ganz Jung oder die ganz Alten. Toll, wenn da Opas drin sind. Ich kriege Gänsehaut, ehrlich. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich bei solchen Seiten Opas sehe. Oder elfjährige Kinder, Dicke. Ganz schlimm. Ne, wer? Oh, du. Ich würde alles dafür geben. Uäh. Du würdest alles dafür geben? Alles. Auf deine Rente? Wie alt bist du? Ich bin 19 und du? 19, das ist gut. Ich bin 55. Oh. Ist das okay? Natürlich ist das okay für mich. Ich schwöre, solche Typen kann man so verarschen, ne? Ich glaub ich mal aus Snapchat Fake Account, so wie diese eine da gemacht hat. Und 6000 Euro in einer Woche verdient hat. Das würde mir sehr gefallen. Hast du einen Pulli an? Ich hab nur das hier an. Oh, dann zeig doch mal. Ich sag mal, du hast einen roten BH an. Gar nichts. Dann soll ich mal meine Maske abnehmen? Ja. Hä? Und was geht da um? Uäh. 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 Dicke, der ist hart, bro. Krass. Der ist hart, Dicke, Alter. Der ist zu hart. Das sah echt aus der Mitte. Ja, ja. Das war schon auch, wie war realistisch. Also die Brüste, ne? Ey. Nein. Ey, sorry man. Das wollte ich echt nicht. Hallo? 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 Kann jemand mal rufen? Äh. 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 Was ich da in ernst, Dicke? Or war ehrlich? Ach so? Aus Papier Dicke, der ist durch. Krass. Dem geht's gar nicht gut. Der hat Entzug glaub ich. Das hab ich auch gesehen. Ne, das kenn ich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Weiß nicht. Also ich will lieber Touren können, ich sag ehrlich. Hä? Ja. Da bin ich raus. Boah, oh mein Gott. Müsst du da mitmachen? Mit schnellem Auto, ja. Ich schwöre auf alles niemals in meinem ganzen Leben. Das klappt, das klappt. Egal, ich will trotzdem nicht. Egal ob es klappt oder nicht, ich würde nicht. Das ist doch nicht echt, Digga. Ich glaub auch nicht, das ist echt. Das ist nicht echt. Das ist doch nicht echt. Boah, ich schwöre sieht krass aus. Ja. Richtig real, Alter. What the fuck. Hallo Leute, Sie möchten auch die Funktion und die Möglichkeit des Greenscreens nutzen. Bei uns ist das möglich, ob privat oder gewerblich oder vereinsmäßig oder Kommune. Oder egal was Ihnen auf dem Herzen liegt. Sie haben die Möglichkeit bei uns den Greenscreen zu nutzen. Für eine kurze Zeit mit Ihrem Spruch. So wie ich es jetzt gerade eben mache. Ich stehe hier und spreche zu Ihnen in die Kamera. Ich stehe im Greenscreen. Aber Sie denken, ich stehe sonst noch wo. Nein. Also, Sie haben die Möglichkeit das bei uns zu machen. Was kostet es? Das ist doch ganz einfach. Zum Beispiel eine kurze Aufnahme, so wie ich es jetzt gerade eben mache. 50 Euro. Und dann gehen wir hoch an den Computer und machen das gleich für Sie bereit. Tüsch, wie teuer. Der zieht die Leute ja schon ab, Alter. Der macht das ein schön für Rentner, die gar keine Ahnung haben, Alter. Auf entspannt. Am Schnittplatz. Zack, zack. Großfamilie, ne? Ja. Rembo, ihr selem. Ich will es selber. Ja. Würdest du oder nicht? Natürlich nicht. Würdest du? Ich sage natürlich nicht. Ich will auch nicht einer, der darauf korrekt macht. Nein, das geht nicht. Das geht echt nicht. Bei aller Liebe, das geht nicht. Es gibt Leute, die würden sagen, hier nimm alles. Oder ich sage ja. Doch, ich würde sagen, nimm jetzt ein Stück. Ich sage nein. Ich sage nein. Du würdest so viel trägen bis letzter Stück, dann würde ich ihn geben. Das kann man machen. Nein. Würdest du nicht? Nein. Boah, du bist voll gemein. Boah, das ist richtig schlimm, ne? Oh mein Gott, wenn diese ganzen Babys rauskommen auf einmal, Bruder, vorbei, Game Over. Oh, Irii is what Irii. Hahahaha. 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 Oh, Irii is what Irii. Hahaha. Digger. Digger. Ja, ich kann aber gehen. Ich bin ja, ich kann bestellen. Ja, was darfst du denn sein? Habe ich gesehen. Was? Habe ich auch gesehen. Ich folge jetzt so einer Meme, vielleicht auch auf Insta, deswegen sehe ich das. Einen Mario. Fantastico. Meto. Champignons, Henchenbrust, Rukureki, Tomaten, Pasamisa und Käsesauce. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Gott, das war gut. Was? Ich hab die eigene. Cheese, Digger. Ne, Armbanduhr aus Zucker zum Essen. Drib, Drib, Drib. Wer hatte damals auch so eine Uhr, ne? Ich. Oder wer hat diese Ketten damals auch, Digger. Wer das damals nicht hatte, der hatte keine Jugend. Ich hatte das alles. Bisschen probieren. Wie sieht man das? Bisschen probieren. Wie sieht man das? Wie, oh. 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 Wie. Wie, oh. 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 Ich führe wildes Video auf jeden Fall, ja? Da waren wieder richtig gute Memes drin, ehrlich. Das, was ich mit dem Mine reiten geguckt hab letztes Mal war nicht so krass. Aber da waren wieder echt wilde Memes drin, ehrlich. Ich denke.